Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute wollen wir uns mal den File bzw. das File-Werkzeug anschauen. Der File ist das absolute Standardwerkzeug in Archicad. Wenn wir irgendein anderes Werkzeug auswählen und dann auf Escape drücken, kommen wir immer wieder zurück zum File. Wir können außerdem den Shortcut P nutzen. Wir wählen uns also wieder irgendein Werkzeug aus, drücken dann auf P und kommen wieder zurück zum File. Mit dem File können wir grundsätzlich Elemente, die wir gezeichnet haben, auswählen und diese dann auch bearbeiten. Aber das schauen wir uns heute nicht an. Wir gucken uns an, wie man den File bzw. das File-Werkzeug effektiv benutzt. Und dafür gehen wir zuallererst in die Auswahlmethode. Das ist direkt hier oben dieses erste Feld. Wir klicken da drauf und nehmen uns gleich diese erste Auswahl. Das bedeutet, wenn wir in unsere Arbeitsfläche klicken und ein Feld spannen, dann können wir jedes Element auswählen, was innerhalb dieses Rahmens ist. Egal, ob es ein Knotenpunkt ist oder einfach die Linie an sich. Wenn wir die zweite Auswahl nehmen, muss das Element vollständig in unseren Auswahlrahmen passen. Wenn wir also nur einen Knotenpunkt anfassen, funktioniert das nicht. Archicard wählt nur das aus, was vollständig im Rahmen ist. Der ganz rechte Button in der Auswahlmethode ist wie so eine Art intelligente Auswahl. Wir können einfach in unser Arbeitsfeld nach rechts gehen und wir wählen uns die zweite Methode aus. Das heißt, wir brauchen unbedingt das Element gänzlich in unserem Rahmen. Oder wir gehen nach links und der Rahmen, der Auswahlrahmen ändert sich. Der ist nicht mehr in so einer Art Strichpunkt Darstellung, sondern ist gänzlich gepunktet. Wir können also nochmal zur Wiederholung mit den Punkten das Element immer auswählen. Egal, ob wir einen Endpunkt anfassen oder das Element einfach irgendwo streifen. Oder wir gehen nach rechts und haben eine Strichpunkt Darstellung und müssen das Element komplett in den Auswahlrahmen packen. Wer von AutoCAD kommt, sollte diese Funktion bereits kennen. Als zweites können wir uns die Geometrie Methode auswählen. Da haben wir standardmäßig das Rechteck eingestellt. Das heißt, wir klicken in unseren Arbeitsbereich und der Auswahlrahmen ist einfach rechtwinklig beziehungsweise orthogonal zum Bildschirmrahmen. Wenn unsere Zeichnung in einen bestimmten Winkel gedreht ist, können wir einfach das gedrehte Rechteck benutzen. Wir wählen uns also hier rechts das gedrehte Rechteck aus, klicken dann auf den ersten Punkt, wählen uns dann den zweiten Punkt aus und können dann das Rechteck abschließen. Interessant ist natürlich auch die Geometrie Methode Polygon. Das heißt, wir wählen hier wieder den ersten Reiter aus und können das Auswahlrechteck dann anhand eines Polygons zeichnen. Wenn wir einen Auswahlrahmen auf 3D Elemente zeichnen wollen, funktioniert das nicht so ohne weiteres. In diesem Fall klicke ich hier immer diese Decke an. Wir können entweder direkt den Magneten hier oben deaktivieren oder wir benutzen einfach die Leertaste. Wir halten die Leertaste gedrückt und wenn wir jetzt auf die Decke klicken, wird die Decke nicht ausgewählt und wir können ohne Probleme einfach die Wände markieren. Als letztes haben wir noch den Auswahltyp. Standardmäßig ist der Pfeil auf Normal gestellt. Das heißt, hier wird der Pfeil Grau dargestellt. Wir können zum Beispiel Morphs anklicken und wählen uns damit das komplette Element aus. Wenn wir den Auswahltyp auf Unter Element stellen, können wir einzelne Elemente von dem Morph auswählen und zum Beispiel auch rauslöschen. Wir stellen den Auswahltyp wieder auf Normal und sehen dann, dass der Morph komplett ausgewählt wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.